Ich weiß, ich bin über die Zeit, aber ich möchte sie noch präsentieren. Meine Nemesis, den Gegner, gegen den ich keine Chance habe. Aschefürst, gewinnen. Aua! Aua! Nein, er greift zu! Okay. Und tot. Ja, ich hab versucht mit dem Parierdurch was dagegen zu tun, aber... Nö, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann nicht parieren, ich kann das nicht. Ja, bis zum nächsten Mal. Herzlich willkommen zurück zu Let's Die Dark Souls. Wer an meinen Estos Flakons erkennt, an der Zahl sieht, meine ich, dass ich beim Parierenden schon ein paar Mal gefehlt habe. Wir sehen an. Und schon wieder verfeuert. Und schon wieder aufs Maul gekriegt. Und, und mit dem Fri... Okay? Und nein, 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 nein. Ja, schön, schön, schön. Und ausweichen. Und, äh... Trinken. Haaa! Idiot! Aua! Trinken. Oh. Haaa! Idiot! So, jetzt geht weiter mit Parierd. Äh, oder auch nicht. Hehehehe. Und... Parierd und Bombs! Jesus Christ! Heißt! Hoffentlich klappt das noch mal! Haaa! Haaa! Und... Nein, nicht zugreifen! Nicht zugreifen! Oh! Ich hab pariert! Ich hab pariert! Ich fass es nicht! Ich fass es nicht! Ich fass es nicht! Ich fass es nicht! Und... Und zack, zack, zack! Und... Nein! Shit! Shit, shit, shit! Shit, das was wollen wir nicht mit uns tun lassen! Nein, nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Komm, haut zu! Haut zu! Yes! YES! Wooooow! Wuuuuh! 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 Ich habe ihn geschafft. Ich fass es nicht. Wow, ich habe Aschefürst Gwyn im zweiten Anlauf geschafft. Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ. Ich fasse es nicht. Aschefürst Gwyn ist nicht mehr. Doch welche Mission werden wir erfüllen? Werden wir uns auf den Pfad der Lords begeben? Und uns der Manipulation, die uns zuteil wurde, werden wir ihr nachgeben und werden wir das letzte Leuchtfeuer entzünden und dadurch alle anderen Leuchtfeuer miteinander verbinden, um das Zeitalter des Feuers weiter bestehen zu lassen? Oder kehren wir diesen Ort eiskalt den Rücken, marschieren durch den Ausgang und beginnen damit das Zeitalter der Finsternis und damit die Herrschaft der Menschen über die Lords. Das entscheidet ihr bei Let's Play Dark Souls. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.